Hey Leute und willkommen zur ersten Folge vom Let's Fun und heute in CSGO. Warum fange ich gerade mit CSGO an in diesem Projekt, Let's Fun, wo ich ja alle möglichen Spiele und auch Spiele, die ihr mir vorschlagt, einfach randommäßig zocken kann? Das Ganze hat so ein bisschen historische Gründe, könnte man schon fast sagen, denn Let's Fun ist für mich nichts Neues. Das Projekt gibt es so schon seit über zwei Jahren, nur habe ich irgendwie nie was zu gemacht, weil nie die Notwendigkeit bestand. Entstanden ist das damals, vor zwei Jahren, mit Counter-Strike Source, weil ich einfach Bock hatte, ein bisschen CSIS aufzunehmen und keine Lust hatte, ein richtig langes Projekt draus zu machen. Und deswegen jetzt hier quasi Rebirth, eine neue Runde und diesmal mit CSGO und das auch gar nicht alleine, sondern hier zusammen mit dem Buzzy Bear. Juhu Leute, mich kennt man ja vielleicht noch von damals. Richtig, du bist immer der, der an der Tür klingelt. Genau der. So, was machst du, suchst du einen Server oder such ich oder was machen wir? Such du einen Server, dann kriege ich damit schon mal keinen Stress. Ja gut, also wir zocken hier gerade zusammen CSGO über Steam, hoffe ich mal, dass das gleich richtig funktionieren wird. Und an dieser Stelle auch der Kommentar, nein, ich nehme niemanden an Steam an, weil Steam ist für mich tatsächlich, bis auf CSGO jetzt hier eigentlich nur eine Möglichkeit, mir Spiele innerhalb von zehn Minuten aus dem Internet runterzuladen. Aber ansonsten, überhaupt nichts. So, wir landen hier auf der Map Aztec, die finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur den Buzzy hier reinholen. Ähm... Nenn, 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 nenn. Äh, äh, kann ich nicht hin. Stimmt, du kannst mir eigentlich beitreten, oder? Naja, nenn, komm, fast mal. Keine Sau. Ich glaube, auf der Weich hat eben auch schon. Ist nicht meine Lieblingswelt. Wieso bin ich eigentlich automatisch... Hallo, ich will kein... Wieso bin ich... Hallo? Mann. Nun gut, dann bin ich eben hier an dieser Stelle einfach mal ein Terrorist. Ach gut, das Spiel ist auch schon voll im Gange. Und ich will noch eine letzte Sache sagen. Äh, nee, du bist antiterrorist. Äh, meine ich, meine ich, meine ich, meine ich. Und ich will noch eine letzte Sache sagen, bevor es richtig losgeht. Ich bin voll at Counter-Strike-Node, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ne, war auch schon mal besser. Sieht man auch gut. Boah, Alter, was haben wir denn hier für einen Server? Der hat mich auf der AK, mit der AK über die Brücke drüber getötet. Ich glaub's nicht. Ich glaub, wir müssen gerade in den nächsten Server. Alter, was sind denn das für... Ja, was kann man sich da groß raussuchen? Ich gehe aufs Spiel suchen und gehe auf den Server, auf den ich lande. Ja, oder du gehst über einen, suchst dir einen Community-Server aus. Näh, das meine ich nicht. Die mag ich alle nicht. Was, auf was du da mal teilweise landest, hey, in den Community-Servern. Das ist ja total krank. Naja, also im CSS war es immer recht lustig. Gerade mit den verschiedenen Mods mit, was weiß ich. Ja, ja, aber... Näh, muss es nicht sein. Na, guck mal, Inferno, das sieht doch schon besser aus. Ja, was muss man nachfolgen. Stechen Sie einen Gegner mit einem Messer in den Rücken. Counter-Strike ist so gewalttätig, finde ich. Der gleiche Text steht bei mir auch. Haha, ich weiß gar nicht, ob das früher überhaupt auch so war mit dem Messer in den Rücken stecken. Nämlich irgendwie hat das Messer ja nie wirklich so viel Schaden gemacht. Ach doch, hat es schon immer gemacht. Ja, also im Vergleich zu, zum Beispiel, Call of Duty oder so, wo du halt einen auch mal mit einem Messer einfach mal befrüsten konntest. Aber kann man ja nicht vergleichen. Na, guck mal, der Server sieht mir da schon viel lieber aus. Wir sind zwar in der Verlierer, also ich bin bei den Terroristen. Ich bin so ein bisschen am Verlieren hier. Ich mache einfach mal Auto. Okay, ich bin gegen dich. Muahahaha. Das ist vielleicht so interessant. Wirklich sieht man nicht, wie ich spiele. Schau da. Bam! Den ersten haben wir getötet. Ich habe meinen ersten Kill, Alter. Vollskiller und so. Und meinen zweiten Kill. Ja, nur den konnte ich leider nicht. Oh Gott, mit der AK natürlich. Ja. Was soll ich denn da bitte machen? Gegen AKs habe ich mir nach Dessert keine Chance. Aber ich habe jetzt schon zwei Kills. Ich fühle mich jetzt schon halbwegs mächtig. Ah, da haben wir den Buzzy Beer. Da dieses komische Auge. Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Enderpearl denn so wohl. Nein, es kam aus dem Spiel, ähm, irgendwas mit, oh. Äh, Osmos, glaube ich. Guck nach, gleich mal kurz neu. Haben wir hier so ein Über... Ah, cool, jetzt kann ich dir folgen. Cool, das mache ich jetzt gleich mal. Was ist mir? Oh, mit den zwei Pistolen. Hände ich auf dieser Welt kein bisschen aus. Oh, ich liebe diese Welt. Entfernung macht mir einfach Spaß. AK, ich komme. Oh, ich liebe die AK, ey. Doch dieser Server gefällt mir relativ gut. Hier sind jetzt nicht so die Überprost drauf. Und es ist vor allem ein Gelegenheits... Ah, ne, da gehe ich nicht lang. Es ist vor allem ein Gelegenheitsspiel, wo du auch immer Rüstung jetzt schon hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, in der Gelegenheit... Boah. Alter, ey, das ist nicht schlecht. Der hat mich über die... Nicht schlecht. Über die Brücke hat er mich getötet, ey. Das ist vielleicht mal ein Skiller. Dann folge ich eben dir wieder. Das ist das Schöne, wenn man zu zweit zum Beispiel online aufs Server entzockt. Dann folgt man eben dem anderen, wenn man getötet wurde. Nächster Level zu Nuke. Wenn ich das... Ja oder nein? Äh, nö. Oh. Ja, geht immer wählen los. Ich könnte jetzt sagen, wo die Gegner sind. Ja, ja. Uh, ja, ja. Ein Quickscoper. Ja, ich wollte eigentlich auch noch so... Ich hatte ja die... ...zu überrette, aber irgendwie... ...bin ich nicht so klargegenkommen. Der hat aber echt lange gebraucht, um dich zu töten. Also ich glaube, wir sind echt nicht so die Über-Pros drauf. Hoffe ich einfach mal. Ja, also mit dem Namen Bot-Like-Amp-Py-Touchen-X... Ich habe meinen Namen tatsächlich hier noch gleich gelassen. Also ich heiße einfach so, wie ich heiße. Das ist... Bist du eigentlich auch schon tot? Ja, ich muss ja auch mal erkennen. Ich muss ja so machen. Hä, die ist schlecht. Ein Tod ist keine Hilfe. Keine Assisten. Hey, wir Terroristen sind ja am Gewinnen. Ja. Zweite Mal. Cool. Ja, was soll man jetzt groß dazu sagen? Ich meine, wir sind beide abgekratzt. Und die kommen einfach nicht zum Ende. Bedeutung ist langweilig. Was ist ein bisschen für ein langweiliges Spiel? Es gibt nicht mal Bots, die man übernehmen könnte. Ja. Naja, guck mir halt an, so ein paar Leute spielen zu. Ah, hier, das ist der letzte Ding. Das ist der letzte Counter-Terrorist, dem ich gerade folge, glaube ich. Ja, komm, er stirbt. 46, 19, 0. Tod. Schade, wäre ja noch voll gewesen. Na, endlich. Hoffentlich habe ich jetzt genug Geld für meine Lieblingswaffe. Denn meine Lieblingswaffe ist natürlich teurer. Naja, also ich kann die auch. Ach, ich kaufe mir eine MP. Die MP, ehrlich. Hey, die ist cool. Also ich meine, es gibt auch so eine Antiterroristen-EMP. Also in CSS leider, nicht in CSGO. Nicht mal, nochmal, hey. Alter, hey. Und die ist auch richtig mächtig, finde ich. Naja, ich bin so schwul. Alter, ah, geh weg. Kann einfach so nichts mehr. Ja, stell dich in Freude. Sag mal, auch 60 habe ich ihm gegeben. Ja, super. Ich habe Angst. Hier sind ein paar, viele zu Sniper drauf. Das sind alles so ein bisschen so Quickscope, habe ich das Gefühl. Ja, da wurde er getötet. Ich mag das immer. Ach, guck mal. Ich stehe sogar beim Kill mit dabei. Was ist eigentlich, wenn man bei einem Kill mit dabei steht? Ist man dann Dinger? Ist man dann, ähm, kriegt man den Kill dann angerechnet? Ich meine, wenn du ihn sozusagen als ein Rassisten tischst. Ja, ja. Du hast ja drei Spalten oben. Was? Wenn du den Tab drückst, dann hast du ja neben deinem Spieler so drei Spalten. Ah, dafür steht das A, okay. Oh, ich krieg meine Lieblingswaffe. Der Waffe, hey. Ich liebe diese Waffe. Meine wunderschöne Reinzoomwaffe, hey. Die ist einfach toll. Ah, das ist nicht die Auf, gell? Die Auf haben die Counter-Term. Uh, jetzt leckt sie aber wie tot. Hallo? Boah, haha. Oh, ich bin hier gerade voll im... Treffen unterwegs, um was wir reißen können. Ahem. Hier, da hin. Bam. Haah. Er schießt, Kommando. Tja, hier ist ein Huhnring gefangen, wie süß. Komm mal, die Abschneide. Zack, alter. Bye-bye Terrorist. Ja, zu Begegen 2. Ah, ich habe gerade gesehen, ich habe gerade gesehen. Und, ja, immerhin meinen dritten Kill habe ich. Nächstes Spiel. Welche Karte? Keine Ahnung. Ich bin schlecht. Ich bin einfach nur schlecht. Dust. Naja, Dust. Na, aber die haben sie auch gewertetzt, habe ich dir schon mal gesagt. In CSS waren sie noch unfairer. Unfairer. Ja, aber das ist einfach das. Da kann man nicht viel zu sagen. Das ist einfach so ein bisschen nun ja. Ich mag das nicht. Ich finde das 2 übelst geil, aber das allein. So, automatisch oder wie? Ähm, ja komm, mach mal automatisch. Auf 3? 3, 2, 1. Hallo. Na, ich bin bei dir. Nee, bestimmt nicht. Hey, ich war bei den... Warum? Mensch. Oh, nee, ich kaufe mir jetzt keine Waffe. Eigentlich ist es echt so. Ich meine, du kannst warten, bis der erste stirbt. Und dann? Ich habe deine. Der hat sich jetzt echt nicht. Ich habe nur ein wildes draufgeballert, ey. Ich dachte, der wäre von der anderen Seite. Ich bin ja momentan noch relativ mächtig. Habe ich irgendwas erlegt? Nee, ich habe einfach wild rumgeballert die ganze Zeit. Ist aber noch echt ausgeglichen, muss ich sagen. Und hier wird das schon ausgeliefert. Bombe wurde gelegt. Hm. Au, au, da habe ich einen getötet. Hä, wo ist denn der? Was? Ach, da hinten. Ich habe keine Muni mehr, ey. Ach, schön. Schön, wenn man draufklickt wie ein vernünftiger, wie ein verrückter. Aber nicht kapiert. Ach, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Schön, aber bis zum Ende durchgehalten. Was haben die denn für Gewehre? Außer in der M4 haben die, glaube ich, nicht viel zu bieten. Ich sehe es schon, da muss ich zum Sniper werden. Aua. Ey, hör auf mich anzubrennen, ey. Ui. Da hat einer einen Sniper. Oh, oh, die kommen alle von hinten, ey. Jetzt kann ich nur noch den Tod eines Märtyrers machen. Schade. Hey, du hast mich getötet. Aber knapp. Knapp, knapp. Du hast mir nicht viel mehr Schaden gemacht, als ich bei dir. Warum gibt es hier keine Botze, die man einfach so übernehmen kann? Ne. Oh man, ich will so eine Terroristen. Die haben einfach die besseren Waffen. Ich bleibe bei meiner Bonte. Der war geil. Ich musste ja, ja. Oh, guck mal, ich habe wieder einen Assistant. Ich bin ja selber schuld. Hä? Wurde du gerade auf Facebook angeschrieben oder so? Was? Ne. Komm, Strauch. Mich confused es immer so, dass einen dieser blöde Heli am Anfang absetzt. We got this. Die blöden Flashbangs. Vielleicht kann es mal echt an so mit Granaten zu spielen. Macht da Spaß. Spaß. Komm schon. Mann. Da kann man auch mit der Sniper hier mal nicht richtig einheizen. Ja super, wieder nur ein Assistant. Boah, ganz knapp daneben geschossen. Fuck. Mann. Das war so knapp am Kopf vorbei. Da hast du neben dem Kopf das Einschussloch gesehen. Wow. Wow.